So, hallo meine Freunde und willkommen bei Warhammer 5000 Darktide. Wir spielen hier gerade wieder die Closed Beta. Viele, viele Missionen haben habe ich jetzt gar nicht geschafft. Wir sind immer gewiped als komplette Gruppe. Konnten die nie zu Ende spielen. Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich knackig. Die Spieler sind alle noch unerfahren. Wir müssen noch alle die ganzen Spielbeschadungen lernen. Ansonsten bin ich einfach überzeugt. Ich finde es mega. Natürlich gibt es viele noch genug Kritikpunkte oder Sachen, die mir nicht gefallen. Aber alles andere finde ich doch ganz schön geil. Also ist echt mal was Erfrischendes jetzt im Warhammer-Universum gekommen. So Shooter-mäßig. Das haben wir gebraucht, so etwas. Es ist grundsolide. So, wir spielen hier wieder den Veteranens-Shooter. Letzter Tag der Beta. Es ist Sonntag. Ich weiß nicht, wie lange die Server, also die Beta-Server noch online sind. Auf jeden Fall haben wir es jetzt schon nach 18 Uhr. Ich versuche noch so viel wie möglich von der Beta zu sehen. Weil ich habe bis gestern Abend noch Zugang zur Beta bekommen. Um irgendwie, ja, halb zwölf oder elf Uhr habe ich angefangen zu spielen. Da habe ich noch runtergeladen. Jetzt sind 30 Gigabyte von der Beta. Und haben wir da noch ein bisschen gespielt. Den können wir noch markieren, ja. Oh, stopp, stirb, 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 stirb. Bitte stirb. Hammer, der ist tot. Oh, da ist noch einer. Der auch. Komm, oh, Alter. Langsam schießt er hier. Oh, das... Da ist noch was hinter der Wand. Jetzt fängt er irgendwie fest. Irgendwo ist ein Bomber. Da ist er. Die sind in meiner Schusslinie stehen. Oh, die standen in meiner Schusslinie. Ah, okay. Erstmal die Schaufel einsetzen. Da ist nix dahinten. Und dann noch mal jede Gruppe hinterher. Mal hier. Nix. Das ist leer, die Kiste. Die Kiste ist leer. Was ist das hier? Da aufgesammelt. Könnte ich mal einsammeln, so schnell hat er das genommen. Ich konnte nicht mal lesen, was es war. Kickshot ready. Mal hinter die Kiste hier. Agmoyermunition. Hahaha. Hier, wollte ich den nicht einmal töten? Der ist gestorben. Okay, der ist runtergefallen. Oh, da haben wir noch einen. Au, ja, au, ja. Schön auf den Kopf. Schön Headys verteilen. Okay. Kommt viele. Kommt da. Ich will mal eine Granate reinwerfen. Granate explodiert. Kommt noch mehr Gegner. Ja. Und. Den haben wir noch erwischt. Nee, der lebt noch. Leer, der läuft zu uns. Ach du Scheiße. Das darf ich ja nicht sagen auf YouTube. Beim heiligen Imperators Stuhlgang. Er wollte uns kommen holen. Hat die Kiste schon geöffnet, ja. Unter uns nix. Bomber. Bomber. Da. Da. Da vorne irgendwo bei Shio geraten ist er. Oh, ich weiß. Die sind mir vorhin einmal gevibt. Genau an dieser Stelle hier. Kommt nicht über die Brücke. Da ist ein Bomber. Das tut. Okay, da kann man gut reinschießen gerade. Bringt alle so schön runter. Einmal nachladen. Oh. Ich glaube. Ich glaube gerade. Die hören nicht aus zu spawnen da. Oh. Links ist eine ganze Horde gespawnt. Einfach aus den Leaks. Hat unsere Munition noch genug. Munition haben wir. Sind alle schon so weit vorgelaufen. Ich stehe noch hier hinten als einzigster. Ich komme mit Munition. Bitte. Granaten. Okay. Könnten wir auch aufsammeln. Warum nicht? Hier geht es runter. Ich wollte gerade rutschen drücken. Dann wären wir mal gestorben. Werfen wir mal eine Granate da rein. Werfen wir auch eine Granate rein. Die ist, glaube ich, so weit geflogen. Ne. Doch, hat noch getroffen. Guck mal, die haben nicht aus zu spawnen. Was ist das für ein Spawn da? Da springen die da oben runter und die sind nur aus meiner Sichtweite, so was ich nicht sehen kann, wie die da runterspringen. Aber jetzt können wir runterhüpfen. Da sind sie. Oh, 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 oh. Fuck. Fuck, was passiert hier gerade? Wo bin ich abgeschossen? Will ich einsammeln da? Oh, 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 oh. Medi-Station. Muss ich mal einmal hier einsetzen. Die brauche ich auch. Hund. Fuck, wo ist dieser Hund? Da ist doch ein Hund. Oh, die Munition, die können wir auch gebrauchen. Die Munition haben wir wieder voll, das ist gut. Oh, da sind jede Menge dieser Heretics. Jede Menge Ketzer sind hier. Kann nicht markieren. Kann ich nicht markieren. Da kommt noch einer hoch. Da. Der ist tot. Oh, da, 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 da ist er. Da schießt einer auf uns. Oh, wir können schon in den Fahrstuhl ran. Ne, wir können ja schon hochlaufen. Ja, laufen wir mal hoch. E-Mor-Stress. Ja, die brauchen wir mal, glaube ich. Weiß ich nicht. Das war, ach, das war kein E-Mor-Pack. Das wäre sowas zum Mitnehmen gewesen. E-Mor-Pack, das war kein E-Mor-Pack, das war kein E-Mor-Pack. Da kommt noch ein Hund. Da ist schnell unterwegs, der Hund. Okay. Läuft gut bis jetzt. Läuft sehr gut bis jetzt. Also ich bin positiv überrascht. Heimstation. Ne, wir haben volles Leben. Ausnahmsweise mal ein Scharfschütze. Was ist er denn? Die sind beide tot. Ne, der eine ist weggelaufen, glaube ich. Hund. Hund. Ein Hund. Mit Granaten? Ne, wir haben keine Granaten mehr. Ah, okay. Da ist der Hund. Der ist tot, der Hund. Also ein Belieboss jetzt hier gerade. Ich glaube, der ist gerade gestorben. Ne, da ist er. Jetzt ist er tot. Unser Laysgun regelt. Ja, ja, ja. Gib ein Guardsman Messer. Und er killt ein paar Gegner. Gib ihm den Laysgun und er killt ganze Regimente für dich. Oder was weiß ich, was ich hier gerade erzähle. Oh, da sind aber auch wieder so viele. Da oben auch noch auf der Brücke. Von hinten? Ne, von hinten. Ne, von hinten kommt nichts. Wir haben eine Heilungsstation jetzt noch bei uns. Können wir auch noch im Notfall platzieren. Wenn man geheilt. So, laufen wir mal hinterher. Hinter der Gruppe her. Ah, da ist eine Kiste. Die will ich einsammeln. Vielleicht ist da Munition oder so drin. Ne, leer. Ah, beim Imperator. Die Kiste war leer. Hier ist noch eine. Oh, die sind schnell. Die sind schnell. Die laufen. Ohne mich weiter hier. Hier ist ein Minipack. Da. Brauchst du das. Kannst du dich heilen. Ich habe volles Leben. Kisten hier wurden auch schon gelootet. Die sind auch alle leer. Oh. Da sind ja schon Direktivetics. Das sind Ketzer. Ketzer sind hier. Hinter uns? Nein. Da, hinter. Da, hinten. Da ist eine Elite-Gegner gewesen. Und dann haben wir, glaube ich, schon getötet. Oh. Mal hier in Deckung gehen. Der ist immer noch da hinter der Mauer. Ich kann nicht durchschießen. Was kann man denn hier? Vielleicht über eine Kiste. Ja, geil. Hier ist eine. Ah, ne. Die ist schon leer. Die ist auch leer. Alle leer, die Kisten. Da muss man ja zur Gruppe wieder aufschließen. Bloß nicht alleine stehen bleiben. Da schießt jemand auf uns. Jetzt ist er tot. In Deckung gehen. Heilungsstation. Wir haben volles Leben. Können wir ein bisschen aufpassen. Von hinten kommt nichts. Aber wir müssen mal wieder umdrehen. Oh, oh, oh. Da werden wir zurückgeschmissen. Irgendwas ist hier. Elite-Gegner oder so. Oben links. Oben Rätts. Ne, auch tot. Ach, kann man nicht mehr taggen. Die wird schon getaggt. Die Heilungsstation. Die Gegenstände und... Oh, wir haben keine Granaten. Haben keine Granaten. Oh, no. Oh, oh, oh. Wo kommt der? Ei, oh. Oh, Imperator, beschütz mich bitte. Oh, der drückt gut Schaden. Der ist gut Schaden. Der schmeißt komplett durch die Gegend hier. gar nicht geil ist eine kiste ist auch leer was müssen wir die machen hier müssen wir helfen okay da komm ich mich auch einmal hier sind schnell zur gruppe aufschließen kommt 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 schnell sticht immer eigentlich auf klassiker abnehmen auf klassiker man redet da habe ich tun oder denkt man nimmt auf dann nimmt man doch nicht auf was haben wir hier mit station aber ich habe glaube ich schon eine ich denke man müssen die treppe hochbestimmt stirbt ihr habt war einer das tod ist auch tot entdeckung erst mal mal hier reinschießen da ist nichts mehr die mission habe ich jetzt noch nicht gespielt die ist neu für mich die karte hier ja munition kann ich auch gebrauchen definitiv und von wo kommen sie denn jetzt und da irgendwo hier glaube ich ok hat er noch getötet bekommen ich dachte da würde jetzt eine große welle kommen dann gehe ich dann aber war wohl nix war fehlalarm bett hoffen mal bett hinterher heilungsstation waren die taggen tag cancel ah jetzt ist sie getaggt ist das ein elite gegner oh wo kommst du denn her da ist er da war nicht der gegner ah der ist tot ok oh munition ah das ist geil ich liebe das munition ist das was ich immer gebrauchen kann ja der ist tot der ist auch tot der ist auch tot ich kann die nicht mal hoch hier ei karamma da ist noch eine elite gegner der ist tot auch tot und da ist noch einer der ist jetzt aber auch tot jetzt sieht der raum sauber aus ich glaube jetzt können wir runterhüpfen ne 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 da holt was da kommt noch was hinter uns ein hund auch target äh sektor not clear sektor not clear ja wir werden überrannt wenn man jetzt runterhüpfen hüpfen wir runter vielleicht geht es uns nicht weiter müssen wir erst runter hoffen mal den dread hinterher kommt zu mir stirb ok jetzt ist er tot ja einfach mal drauf schießen von hier hinten bei uns kommt nix nein alles tot die Kälzer sind tot das sieht gut aus der Imperator ist glücklich jetzt konzentrieren also ich mag das Spiel also mir gefällt es mich jetzt echt gut mega bin echt überzeugt aber vorbestellt habe ich es noch nicht alles schön düster hier man das Kerzenlicht überall ei Karama also Zombiespieler waren gestern wo er mal erobert jetzt alles hier mit seinen Nörgel 70 vielen vor a hier müssen wir gehen wir mal rein ok da 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 ist was er hat eine granate geworfen die explodiert jetzt da brandgranate ok oh was wird denn jetzt auf uns losgelassen ein boss da ist er ok keine headshots ich krieg keine headshots sehen granaten haben auch keine mehr das ist schon explodiert da das explosive fass der geist ist er tot wir haben ihn gleich noch ein bisschen geschafft geil wir haben es geschafft nice die 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 einzelnen mission sind immer ziemlich lang es geht echt weit und lange je nachdem wie schnell man sich bewegt wie schnell man durchkommt dann kann ich das ganz schön hinziehen und irgendwie in einer stelle fest hängt alles klar so dann gehen wir mal weiter und wir haben einen boss kampf ja auch der hat sogar ein schild hat ein schutzschild ist mir das schild runter um den schaden zu füllen können ich denke mal das schild regeneriert sich bestimmt auch geil da kommt gegner da ist er denn ok jetzt wird es dreckig und er generiert bestimmt sein schild später mit jetzt gleich da falls jemand heilung braucht das schild gerade steht uns ja noch ich sterbe auch noch selber so so oh oh ich lebe mich mal wieder ah ne da krieg ich weg der boss steht hier oh fucking shit ich muss hier weg ich muss hier weg stopp hör auf auf mich zu schießen ich muss dem regenerieren ah ok da gute oh deine waffen drücken gut rein komm hier nicht weg ich hänge hier fest oh 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 das war ich das war mein leben oh 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 haut auf mich noch alle drauf oh 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 das blut fließt schon bei uns das lief gar nicht gut in dem boss nicht mal todium kaum schaden zugefügt nur so fünf prozent oder so und er bewegt sich aber ganz schnell wie so langsam bei der bewegung das gefühl bei mir ist das total langsam aber er bewegt sich total schnell das irgendwie unsere klasse und danke rette mich ja hier hätte mich bitte danke danke dankeschön dass du mich wieder belebt hast warum ist kein heilungspack mehr wo ist denn der boss da bin auf dem kopf zielen jetzt kann man schaden zu fügen mit seinem hammer darauf da ist ein mini elite boss und die töten mich gerade vielleicht muss ich nachladen ok der ist tot immer den boss wieder markieren glaube ich wir sind langsam runter und meine munition meine munition meine munition reicht glaube ich noch das schießt auf mich ob ich hatte sich umgedreht und er zieht immer noch auf mich er zieht immer noch hier auf mich jetzt immer auf den schießen es holt er sein es holt er seinen hammer wieder raus na wie das noch was ich sehe gerade das leben vom boss nicht mehr die lebensanzeige ist oben weg eine munition geht auch langsam alle und auch irgendwelche mini boss elite gegner hier nähe ich glaube das ist unser boss ok das geht ab das geht ja ab jetzt jetzt hämmert er wieder will nicht dass er mich hämmert ich will nicht sterben habe zu wenig leben aber meine munition geht jetzt auch alle noch zwölf schuss der tot ich weiß nicht doch doch oh wir haben ihn getötet geil ich will nur noch überleben hier da ist ein elite der gegner zwölf schuss das war's das hat zu boden gefallen mit der schnell tote haben haben wir geschafft geil mit denen hier die mission geschafft hätte gedacht besterben jetzt beim boss der ist ja grün das war ich wieso bin ich grün wie lange ging denn die mission wir haben es geschafft wir haben level 8 erreicht er bringt uns schon fast zu level 9 boah ok ok ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe euch hat es gefallen wie immer könnt ihr kritik fragen und anregungen in die kommentare schreiben bei like und abo würde ich mich sehr freuen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss und auf wiedersehen emperator beschützt